Hallo ihr Lieben, so, es ist wieder soweit. Jetzt bin ich in München, also bei München und habe jetzt sozusagen die Location innerhalb Deutschlands tatsächlich mal verändert und bin bei Tatjana in ihrem Haus und wir kennen uns schon eine Weile und haben uns so ein bisschen verfolgt über Instagram, glaube ich, ne? Ja. Und sie ist mir mal aufgefallen, damals im Video mit Ralf, das weiß ich noch, und ja, da hat sie mich damals angeschrieben, du hast mich auch angeschrieben, dass du echt deine Geschichte gerne würdest erzählen und ich fand die auch spannend und genau, darum geht's heute, also jetzt mal hier in der Gegend, nicht in Thüringen, wo ich ja jetzt die letzten Monate war, sondern jetzt im Bayerischen. Hi, grüß dich Tatjana. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja, leg mal los, also, oder ich frage mal einfach, womit ich ja immer anfange, es gab ja für uns alle tatsächlich diesen Tag, wo man von diesem Coronavirus gehört hat, so der Tag, wo du aufmerksam geworden bist, welcher war das und wie bist du aufmerksam geworden, was hat das mit dir gemacht? Oh, das war, ich glaube, aus Nachrichten und das war noch, als das noch im Kino war und es war eigentlich auch, weil meine Ehemann, der kommt ursprünglich aus Kino und seine Eltern wurden hier, aber wir waren mit dem schon einmal zusammen im Kino und haben ganz so seine Verwandtschaft kennengelernt. Und da habe ich noch nicht gewusst, ob das was erstes ist oder nicht und haben erst mal ein bisschen Sorgen gemacht über seine Verwandten und Oma und wie geht's da allen. Das war vielleicht der erste Eindruck. Ah, okay, ja, und wie ging's denen dann? Also ihr wart dann, ihr wart hier in der Zeit und die Verwandtschaft von deinem Mann, die aus China kommt, die waren halt in China. Genau. In was für einer Gegend? Also das ist in der Nähe von Gelbem Meer, Qingdao, also es war eigentlich relativ weit vom Zentrum, aber trotzdem. Also damals habe ich die Eltern von Jörgen gesprochen, meinen Mann und ich habe ihm gesagt, dass eigentlich bei denen alles super ist, alle sind ruhig und das war noch in dieser Zeit von chinesischem Neujahr, wo die Leute sich versammelten, aber sie dürfen nicht wegen... Wegen Corona? Wegen Corona. Durften die nicht? Okay, es hat praktisch gar nicht stattgefunden dann bei denen dieses Jahr? Ja. Ah, okay, was war das für ein Zeitraum? War das Februar oder wann war das? Ich glaube, das war kurz vor Februar, Ende Januar. Okay. Ja, die haben dieses Jahr nicht gefeiert, aber es ging allen gut, also keiner ist krank geworden. Und wie ist es jetzt? Also mussten die da auch Mundschutz tragen? Gab es auch da Maßnahmen, dass die nicht das Haus verlassen durften? Hat es das da gegeben? Ehrlich zu sagen, habe ich die nicht weiter gefragt. Eine Freundin von mir ist nach Kinein gezogen, das ist der Insel im Kinein, ach genau, im Corona-Zeitraum. Und die hat freiwillige Situationen gemacht. Ich glaube, dass in anderen Regionen dürfen sie schon Haus verlassen, aber es gab einige Leute, die freiwillig zu Hause geblieben sind. Okay, ja gut, dann habt ihr da also nochmal einen ganz anderen Background ja auch, aber eurer Familie geht es halt gut auch bis jetzt, oder? Ja, und wegen Masken, was sie gesagt hat, dass sie seit, ich glaube, seit sogar schon April keine Maskenpflicht mehr haben. Es gab eine Zeit lang welche und danach nicht mehr. Okay, ja gut, und ihr wart hier. Okay, das heißt, ihr habt davon gehört, habt euch natürlich erstmal Sorgen gemacht um eure Verwandten in China, logisch. Und bei euch, wie ist es bei euch angekommen, bei deinem Mann und dir? Und ihr habt ja auch ein kleines Baby, ne? Ja. Wie ist es bei euch so angekommen? Also, bei uns erstmal haben wir uns nicht so viele Gedanken gemacht, aber dann ist das ein Stammwerk gegeben und da waren wir schon ziemlich besorgt. Und ich bin ziemlich oft Hände gewaschen und mit dem Auto zur Arbeit gefahren, statt erstmal, was ich vorher gemacht habe. Ja, und ich glaube, das war es für jeden Zeitraum, für Februar. Aber ich glaube, dann habe ich eine Statistik gelesen, dass von Italien, dass es nicht so viele Leute sterben und oftmals ältere Leute mit Vorerkrankungen. Und das hat mir ziemlich entspannt. Da habe ich mich wohl gefühlt danach. Und was gab es dann aber für Reaktionen um dich herum? Also, weil es sind doch auch jetzt viele Menschen doch, die sich nicht so entspannt haben oder sie sich richtig Sorgen gemacht haben, auch aufgrund der ganzen Nachrichtenerstattung. Ja, die ja auch, ich meine, immerhin, da kommt das Robert-Koch-Institut und sagt, hallo, das und das, ja, das macht ja mit den Menschen auch was. Ein Alarm, also wenn man von einer Pandemie spricht. Wie hast du das erlebt auf Arbeit oder bei Freunden? Ich glaube, es gab Leute, die sich immer noch sehr viele Sorgen machen und sehr viel Angst haben. Und ich glaube, das ist eher nach Personenzub. Es gibt mehr Leute, die mehr Risiko angehen, die sind oftmals entspannt. Es gibt Leute, die mehr Sicherheit bezogen sind. Und auch Leute, die sehr gerne putzen und viele Sachen, die funktionieren, schon ohne Coronavirus. Und dann ging es richtig schlimm, glaube ich. Ja, das habe ich jetzt auch beobachtet. Du denkst, es hat jetzt noch gewisse Sachen verstärkt, oder? Ja gut, ich glaube, da muss man eh drüber sprechen. Ich glaube, dass man jetzt einfach auch die Leute erlebt, also nochmal verstärkter in dem, was eigentlich schon immer da war. Ja, aber die Zeit jetzt, die bringt das noch mehr zum Ausdruck, ob jemand sich viel Sorgen macht, ob jemand Angst hat, ob jemand putzwütig war, keine Ahnung. Wobei ich mir dann immer denke, boah, das hat ja auch Folgen für unsere Hände oder für die pH-Geschichte auch von der Haut und so. Wenn du jetzt ständig dabei bist, in jedem Laden oder überall, wo du bist, das Desinfektionszeug zu nutzen, ich weiß nicht, ob das nicht auch irgendwann so eine Problematik mit sich bringt. Also ich könnte mir das gut vorstellen, weil wenn du ja ständig das, was so natürlich dazugehört, damit du auch ein gutes Immunsystem hast, das auslöscht, wegbringst, dann entstehen andere Problematiken, die man ja vorher auch immer, wo Ärzte doch vorher auch immer gewarnt haben, wenn Menschen sich viel desinfizieren, entwickeln sie keinen Schutz. Und wenn ich das dann noch mit Kindern mache oder mit mir selber, also klar. Und am Anfang wurde ja alles eingesprüht, auch die Einkaufswegen in den Läden und so. Das stimmt, das stimmt. Ja, es hat so zwei Seiten. Ich glaube, bei meinem Mann, seine Mann hat viel und gerne geputzt und er hat jetzt sehr viele Energien auf alles Mögliche. Okay. Und ja, es kann von vielen Ursachen kommen, aber es kann auch sein, dass das dazu führen kann. Ja gut, wir befinden uns halt immer wieder auch in so einem Bereich von, dass man feststellen muss, man registriert irgendwann vielleicht, dass man nicht weiß, ja, also, aber sich viel vorstellen kann oder das auch sein lassen kann. Aber dein Mann hat ja aufgrund seiner Allergien dann Angst gehabt, also hat er sich Sorgen gemacht, auch wegen eures Kindes und habt ihr gedacht, oh Gott, das ist ja jetzt noch so klein. Ja, das könnte jetzt auch echt riskant sein fürs Kind. Ich glaube, am Anfang haben wir uns Sorgen gemacht und dann haben wir uns entspannt. Wir sind beide Optimisten. Das glaube ich sofort bei deinem Lachen. Auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt euch auch echt bestärkt in der Zeit. Seid ihr aber auch ganz normal rausgegangen? Es gab ja dann die Zeit des Lockdown, ne? Genau. Wie war die denn hier bei euch? Wir waren auf jeden Fall viel spazierend und wir waren auch oftmals was einkaufen. Wir sind nicht komplett zu Hause geblieben. Wir waren auch ein bisschen weiter als Hintergegend, bei meinem Wald spazieren oder zum See. Ich glaube auch, also ich glaube, dass wenn jemand geistig gut geht, dann geht die körperliche Seite mit. Und deswegen war mir wichtig, dass wir uns entspannt und gut fühlen, dass wir frische Luft bekommen. Und ich habe gedacht, dass wir so eher das Beste bestehen, als wenn wir uns komplett zu Hause entspannen. Ja, logisch. Birgt schon die totale Logik. Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Wenn du dich dann einfärgst, das hatte ich ja jetzt auch viele Leute, die wirklich nur noch in ihrer Wohnung geblieben sind. Die haben schon noch ganz andere Prozesse durchgemacht. Unter Umständen sind sie aber vielleicht mal ganz tief in sich reingegangen. Das ist ja auch nicht so verkehrt für viele Menschen, die das sonst nicht machen, weil sie immer gesagt haben, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Also ich glaube, das hat viele Aspekte, je nachdem, wie man sich die Dinge anschaut. Das ist so wie eine längere Meditation vielleicht. Eine große Meditationsphase, die einen anderen Prozess hat auf jeden Fall. Aber dann, hast du mir erzählt, ist ja bei euch nochmal richtig so, da hat sich was verändert, sind Türen auch aufgegangen, oder? Bei euch, wo nochmal was passiert ist, was ihr vorher noch gar nicht so gelebt habt oder nicht mal so dran gedacht, oder? Was war das für eine Entwicklung? Wieso ist die gekommen? Also, es gab zwei Anstoße, die unsere Leben jetzt, ich glaube, schon nachhaltig verändert haben, weil das ist immer noch da, die Sachen, die sich verändert haben, in dieser Lockdown-Zeit. Einmal, dass wir nicht mehr Nachrichten gelesen haben und nicht mehr auf Social-Netzwerke geschaut haben, weil da war auch alles voll mit schrecklichen Nachrichten. Und dann haben wir, ich habe stattdessen auf Smart Zikular-Webseite gegangen, das ist nachhaltig leben. Wie heißt die? Smart Zikular. Da gibt es viele Tipps und Tricks von eigenem Gemüse abbauen, zum Plastik-freien Leben oder zum irgendwelchen Resteverwertung. Also, das ist weniger konsumieren, selber machen oder bewusst konsumieren, weniger Müll produzieren. Und das war, was wir angefangen haben zu machen. Und die andere Sache war, dass, ich glaube, nach ein paar Wochen, wenn das Erlauben rauszugehen, haben wir angefangen zum Bahnhof zu fahren, die bei uns hier in der Nähe sind. Und wir haben hier richtig viel, weil wir waren im Vorstadt von München und haben viele tolle Sachen entdeckt, wie zum Beispiel ein Milchautomat. Und da fahren wir jetzt mit Glasflaschen und holen die Milch oftmals mit Fahrrädern und kaufen jetzt keine Tütenmilch mehr. Cool. Und ihr unterstützt ja auch gleichzeitig andere Leute, oder? Genau. Als Großkonzerne, nehme ich mal einfach an. Ja. Aber wie seid ihr denn darauf gekommen? Wieso bist du auf diese Seite auf einmal gekommen, wenn du das doch vorher nie gemacht hast? Ach, das hat mir eine Freundin erzählt und ich habe gedacht, ich habe noch irgendwas besucht, mit was ich soziale Medien ersetzen kann. Ah, okay, so. Dass ich die Zeit am Handy, die ich vielleicht brauche, zum Entspannung, weil wir ein kleines Kind haben, das ist schon schon irgendwas zu lesen. Und also das habe ich statt auf Facebook auf dieser Smarticular Seite verbracht und da gab es viele Tipps. Und da wir nicht groß reisen könnten, haben wir geschaut, was hier Interessantes gibt. Und da wir viele über diese grüne Themen diskutiert haben, haben wir angefangen zum Hofladen zu gehen von Bauernhöfen. Super. Und ihr habt hier einige in der Gegend. Ja. Und das habt ihr beide dann auch zusammen gemacht. Fandet ihr beide gleich gut, oder? Ja. Dass ihr gesagt habt, cool, das machen wir jetzt. Ja, ich habe ein paar Sachen angefangen alleine zu machen oder vorschlagen und Jörg hat das alles mitgemacht, aber wir haben schon viele Sachen, die sich im Haus verändert haben. Zum Beispiel statt Papiertücher nutzen wir jetzt so weiße Laufen. Meinst du statt Papiertücher für den Haushalt oder auch Toilettenpapier? Ja, statt Haushalt. Mhm, okay. Und zum Beispiel um Gemüselänge halbe zu machen, die wickeln wir da rein und kann auch viel Papiermüll jetzt dadurch vermeiden. Dann habe ich auch probiert, Kosmetik selber zu machen, sowas wie Lippenstift aus Bienenwachs. Das mache ich schon sehr lange und jetzt auch wieder sehr intensiv. Das hat bei mir jetzt wieder angefangen, dass ich, ich weiß ja jetzt zum Beispiel auch nicht, wie ich teilweise so überleben soll. Also oder was ich so, ich muss ja wieder so in meine Eigenständigkeit und Selbstständigkeit, die ja dann mit dem Künstlersachen gerade nicht so viel zu tun haben, ja. Und weil sich mein Leben eh sehr verändert hat durch eine Trennung, ja. Ja, dann habe ich jetzt wieder all diese Dinge angefangen, die ich schon vor 30 Jahren gemacht habe. Komplette Kosmetikreihe und jetzt kann ich das teilweise schon in Läden bringen und auch versuchen zu verkaufen. Mal schauen, also ich muss jetzt nur noch, man muss dafür Zertifikate und so weiter machen lassen. Labor, das ist teuer. Also es wird schon noch spannend, aber ich mache es jetzt auch wieder. Schöne Sache. Und was machst du alles von Kosmetik? Ich kann eigentlich alles machen. Also von Wimperntusche über Make-up über ganz viele Zahnpasten und Zahnpulver, Zahngels. Also ich glaube, ich weiß alleine schon, Rezepte für Zahnpasta könnte ich schon Dutzende nennen. Und es ist auch spannend, weil jeder mag was anderes. Der eine mag Pulver, der andere mag das Gelige mehr, der andere mag mehr, weißt du so. Wir haben halt unsere jetzt so, wir probieren jetzt auch immer wieder neue aus. Die mögen die Kinder oder so und jeder mag einen anderen Geschmack gerne. Genau. Und was mache ich? Also eigentlich alles. Shampoo kann ich machen. Also das ist Pille Palle. Also das ist leicht. Ja, Lippenstifte, Lippenpflegestifte, Körpermilch. Eigentlich alles, ehrlich gesagt. Wobei ich so viel gar nicht brauche. Also weil bei mir ist es oft, ich nutze halt Sheer Butter oder ein Öl. Aber ich kann natürlich auf der Basis richtig tolle Sachen machen, wenn ich will. Also ich habe jetzt schon mal gesagt, statt dass ich jetzt, ich will jetzt keine Werbung machen, so eine tolle Creme von aus dem Bierladen hole. Das kann ich eigentlich echt wirklich locker selber machen. Also so eine richtig schöne Creme und Milch, Rosenmilch, sowas. Melissencreme oder so, die habe ich jetzt gerne mal genutzt. Ja, das kann ich jetzt alles wieder selber machen. Also das ist jetzt auch ein schöner Prozess, der bei mir wieder angefangen hat, dass ich wieder das alles konsequent und jetzt gesagt habe, jetzt ist egal, ich habe klar immer viel zu tun, aber jetzt tue ich das halt auch wieder konsequent. Und das macht auch Spaß. Das macht voll Spaß, ne? Das macht mehr Spaß als kaufen. Ja, macht viel mehr Spaß. Und dann probierst du es aus und dann mag es dein Mann vielleicht gerne oder du kannst dein Kind damit eincremen. Stell dir vor, du machst Lippenstifte, hast nur noch deine Lippenstifte, die du benutzt. Also ich habe die ja lange auch verkauft und habe dann eine Farbpalette von 50 Farben gehabt. Wow. Schon alleine, da waren glaube ich schon alleine 20 Rottöne dabei oder so. Alles. Da ist alles dabei. Aber ich habe halt auch blau, lila, schwarz, rosa, orange, verbranntes Orange. Also ich habe dann alle möglichen Farben entwickelt, die dann gleichzeitig auch wie Lippenstifte sind. Das mache ich jetzt wieder. Das ist cool, da können wir uns gerne auch austauschen. Das macht Spaß. Auch wenn die Kinder mal Ohrenschmerzen haben, auch Ohrentropfen und so. Eigentlich geht es so gut wie alles. Mir würde jetzt kein Stopp einfallen. Rasierwasser, Rasiergel, lauter so Sachen. Schön, dass du damit angefangen hast. Das heißt, du brauchtest eigentlich voll den Ersatz für die Social-Media-Geschichte. Okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Und dann hat eine Freundin dir was gesagt und dann hast du halt mal geguckt. Und dann bist du angetriggert gewesen. Ja. Wie cool ist das? Ich meine, und vorher hast du gar nicht so, vorher gar nicht so, ne? Nee. Da warst du praktisch so abgelenkt. Ohne Ende. Ohne Ende. Ich habe so viele Sachen gehabt, die bei mir sich nur eingestaut haben. Ich glaube, ich hätte 150 Kleider gekauft und davon habe ich vielleicht nur ein paar im Sommer angezogen. Okay. Das war richtig im Konsum drin. Du bist schon so eine Konsum-Mieze gewesen. Ja. Sag ich jetzt mal so. Ich wusste nicht, wie ich es sagen soll. Also eine Frau, die gerne auch, wenn sie eine schöne Klamotte sieht, oh, die will ich auch haben. Und die ist ja auch was Schönes. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also ich weiß, Anfang des Jahres bin ich mal, das war ganz kurz vor Corona, mit einer Freundin. Die hatte mich in Berlin besucht mit einem Freund. Secondhand losgezogen, weil ich gesagt habe, ey, ich brauche für meine Kinder was, ne? Klamotten. Wobei das jetzt per Secondhand echt schwer wird, weil das so diese Zwischengräßen wird. Und dann sind wir rumgezogen und dann hat die mich ganz groß angeguckt im Laufe des Tages. Eine Frau, die eigentlich selber total offen ist und ganz viele Tricks und Wege schon kennt. Und ich hatte gedacht, das ist für die schon total normal, Secondhand, ne? Und dann hat die mich am Ende des Tages anguckt und hat gesagt, boah, Jana, Wahnsinn, was du mir alles gezeigt hast. Und was es alles gibt. Boah, ich gehe jetzt öfter mal in Secondhand, ne? Ja, Secondhand. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, hä, gehst du nicht? Und sie nicht kaufen. Also die kaufte sonst auch alles neu. Und dann hat die erst mal, ich kannte mich natürlich super aus in den Läden, die Läden in Berlin, ne? Super Vintage-Läden teilweise auch. Ja, ich habe schon gesagt. Und da hat sie dann erst mal gesehen, dass man da so richtig eigenwillige Sachen alle Jahrzehnte finden kann, wenn man will. Also das, was ich hier alles anhabe, ist auch alles Secondhand. Also das ist irgendein altes Teil. Und das hier ist eine alte Hose, glaube ich, 70er Jahre. Habe ich irgendwann mal entdeckt. Jetzt passt sie mir wieder. Vor lauter Kummer bin ich reingewachsen, reingeschrumpft. Ich habe die immer liegen lassen, weil ich dachte, das ist so ein cooler Stoff noch. Baumwollsamt. Das ist schön. Das ist richtig echter Baumwollsamt, der sich auch so mitbewegt, weil ich trage sonst nicht gern Jeans und so. Das muss sich immer alles bewegen. Und die habe ich lange liegen lassen, weil ich das Blause schön fand und diese Hose. Und tatsächlich jetzt durch den enormen Kummer die letzten Monate habe ich die rausgeholt. Boah, die passt. Super, jetzt passt sie mir. Von daher, alles gut. Ja, das ist ja spannend. Das habe ich auch noch nie gehört. Na klar. Ja klar, ich meine, du bist ja auch die Generation, die mit Social Media und das ganze Ding ist wichtig. Man sitzt halt, man flackt hier mit dem Handy rum. So, ne? Das stimmt. Das sehe ich auch an meiner Tochter total, dass die ständig, das ist die häufigste Bewegung am Tag, glaube ich. Sich irgendwo erholen und das Ding in der Hand haben und machen. Aber dass du drauf gekommen bist, ist super. Das heißt, ihr macht jetzt eure Kosmetik selber für den Haushalt? Geschirrspülmittel? Geschirrspülmittel haben wir noch nicht probiert. Leicht, sage ich dir. Ja? Leicht, es gibt viele Knips. Dann müssen wir probieren auch. Ich schaue jetzt immer, wenn wir was Neues brauchen, ob ich das irgendwie ohne großer Aufwand selber machen kann. Und wir probieren laufend neue Sachen. Zum Beispiel jetzt haben wir aus Zitronen, Schallen und Essig eine Reiniger gemacht. Genau. Wir probieren das mal. Und Peelings machen wir immer selber. Aber ich fand das super toll, dass man statt eine große Dose Peeling zu kaufen, kann man für sich einfach so kleine Menge mischen mit Aromen, die man mag und am nächsten Tag eine andere. Genau. Das ist toll. Genau. Also nach der Rüstung, Laune und genauso viel, wie du brauchst, muss man nicht wegschmeißen, dann danach. Und das ist sinnlicher, oder? Also ganz ehrlich, oder Tatjana? Das hat eine andere Sinnlichkeit, als wenn ich was kaufe, aufmache und du weißt im Grunde, auch wenn es Bio ist, das kommt aus einer großen Industriegeschichte und wer weiß, wann die hergestellt wurde. Also wenn du dir das aber frisch zubereitest, das ist schon eine andere Sinnlichkeit, ne? Das ist ein anderes Fest, oder? Genau. Also zum Beispiel mit einer Badewannenmischung, sag ich mal, oder mit dem Shampoo, das du machst, oder einem, keine Ahnung, einem Rasiergel für den Mann oder so. Sich das aufzutragen, ist eine komplett andere Nummer. Also ich finde auch, dass in das Leben von einem, kannst du mir das auch bestätigen, eine andere Sinnlichkeit, eine andere Offenheit einkehrt? Ich glaube schon. Also wir haben das Gefühl, dass wir das jetzt mehr bewusst machen und uns auf diese Sachen mehr freuen, auf jeden Fall. Es gibt doch auch Spannung, so für euch als Paar, oder? Euch da auszutauschen, ihr habt ja neue Bereiche für euch entdeckt und könnt neue diskutieren oder neue besprechen. Genau. Ne? Das ist schon auch was Spannendes, finde ich. Und man hat auch das Gefühl, man tut was Gutes. Ich glaube, das. Das auch. Das kommt ja noch dazu. Ja. Und ist ja auch toll, das ist jetzt der Zeitraum, wo ihr ein Kind habt, das jetzt ein Jahr alt ist. Dann die Tür aufzumachen, ist natürlich auch gleichzeitig eine Tür aufzumachen für euer Kind. Genau. Ja, für die Zukunft auch. Das ist eine schöne Sache. Natürlich auch. Das heißt, ihr seid viel rumgeradelt, gell? Nicht mehr so viel Auto gefahren. Habt ihr ein Auto? Wir haben ein Auto. Habt ein Auto, aber ihr habt das Auto mehr stehen lassen? Tendenziell? Hm. Würde ich nicht sagen. Ne, ihr seid irgendwo hingefahren und seid spazieren gegangen, hattest du ja gesagt, gell? Zum Beispiel. Das auch und auch wenn der Kind, der ist dabei, zum Beispiel, weiß ich glaube, maximal eine Stunde kann wir radeln, dann hat er keinen Bock mehr. Also für nicht so lange Strecke ist gut, aber für längere Strecke… Ja, das ist ja noch eine kleine Maus. Das musst du ja auf dem Fahrrad, geht das gar nicht so leicht. Aber die Bauernhöfe sind nicht so weit. Hier zum Beispiel diesen Milchautomat, kann man nicht in Radeln, das geht noch. Und wie war die Zeit für euch? Okay, das hört sich jetzt so an, als ob ihr eigentlich hier gelebt habt, als wenn trotzdem irgendwie nicht weiter was ist, außer dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nicht mehr in die S-Bahn da groß rein oder so und mache das dann eher lieber per Auto. Aber war es für euch trotzdem hier spürbar als Familie und Paar, dass was anders ist? Ich glaube, wir haben auch gelernt, einige Sachen zu schätzen. Wie zum Beispiel die Großeltern. Die Großeltern? Ja. Ah, erzähl mal. Weil die nicht mehr verfügbar waren? Genau. Erzähl mal ruhig. Ja, ja, schöne Sache. Ja, Cara, hör mal bitte zu. Ich richte das jetzt mal gerade. Also ich weiß, du wirst wieder mit mir diskutieren. Nein, nein, tu es nicht. Aber manchmal, siehst du, das wird sie jetzt erzählen. Es ist vielleicht ganz gut, wenn man nicht so hat. Okay, erzähl mal. Erzähl mal davon. Also, erste zwei Wochen nach dem Lockdown, da waren wir, oder ich glaube sogar mehr, sogar vielleicht drei, vier, haben wir von zu Hause gearbeitet. Und Ben war bei uns auch in der Wohnung. Normalerweise sind die Großeltern gekommen, uns zu helfen. Und jetzt mit dem Lockdown, es war halt so im Graubereich, dass das erlaubt ist, irgendwie zum Hilfe zu fahren. Aber wir haben gedacht, machen wir doch nicht. Und der Hauptgrund war, weil die Großeltern, ich glaube, der Papa von meinem Mann, der hat sich ziemliche Sorgen gemacht, wegen Corona. Und der hätte sich auch Sorgen gemacht, wenn wir rausgegangen sind zum Spazieren oder zusammen zum Supermarkt gegangen sind. Und ich habe gedacht, das wird dann einfach viel zu viel sein, wenn der uns die ganze Zeit erbachtet wird, dass wir sich zu viele Sorgen machen. Das wird dann vielleicht emotional nicht gut tun. Und dann waren wir alleine zu Hause mit Ben. Dann wart ihr mal alleine und die Hilfe brach weg, sozusagen. Ja, und wir haben gedacht, das packen wir schon, das ist nicht so schwer, aber das war schon sehr schwer. Das war schon sehr schwer. Das war kaum machbar zu arbeiten. Entweder hat Ben gemacht, was er wollte. Ben ist euer Kleiner, genau. Ja, Ben ist unser Kleiner. Und das war überhaupt nicht möglich. Also der mag zum Beispiel den Klo ganz gerne, den aufzumachen und da reinzugehen, da zu planchen. Okay, ist klar. Spannende Phase, definitiv. Oder einmal hat er, wir haben viel Schokolade gekauft und er hat es rausgenommen und in die Sonne gelegt. Und das waren so viele Sachen, so Kleinigkeiten. Man könnte sich dann kaum alleine lassen. Der könnte sich gut beschäftigen, aber. Der konnte sich super beschäftigen, das hört sich auf jeden Fall so an. Ja. Er hat viel ausprobiert. Ich meine, man sagt ja, also ich meine, wenn Kinder sowas ausprobieren, das fördert ja nur die Intelligenz auf jeden Fall. Aber klar, also das heißt, ihr beide führt, also übt jetzt beide so Berufe aus, dass ihr ins Homeoffice gehen konntet. Ja. Okay, das machen ja wirklich viele Leute mittlerweile, ne? Es scheinen ja wirklich wahnsinnig viele Leute so Berufe zu haben, die Homeoffice-fähig sind. Ist natürlich nicht schlecht. Das heißt, ihr habt eure Arbeit nicht verloren. Nee. Bei mir war gekürzt, aber auch nicht so wild. Ich arbeite jetzt vier Tage statt fünf Tage. Mhm. Und, ähm... Bist du auf Kurzarbeit gegangen, oder? Ja? Okay. Auf der Kurzarbeit. Mhm. Ich glaube, wir sind meistens auf 80 Prozent reduziert. Mhm. Was eigentlich meine Arbeitgeber siehst und dann geht es eigentlich echt nicht so gut, weil wir sind sehr auf Reisen bezogen und die meisten Stationen sind im Flughafen und das ist natürlich jetzt, was komplett weggefallen ist. Aber was macht ihr beruflich? Was macht ihr denn, dass ihr so viel reist? Ähm, also, ich reise nicht, aber der Siegste, der hat seine Einkünfte aus der Reisen. Mhm. Aber mein Mann, der hat vor Mai gereist, der ist im Einkauf und jetzt war... Ich habe das natürlich immer gesehen auf Instagram, dass ihr viel unterwegs seid. Ja, das machen wir, ähm, gerne, aber im Urlaub oder schon am Wochenende. Ja, super, schön. Das ist ja witzig. Das heißt, ihr habt jetzt auf einmal gemerkt, was die Großeltern nämlich wirklich echt ganz schön taugen, ne? Ja. Wie lange ging die Phase dann, ohne Großeltern? Ich glaube, drei, vier Wochen, ich glaube, drei Wochen das war. Und das kann eine lange Zeit sein, oder? Aber zum Glück müssen wir nur zwei Wochen arbeiten und danach hätten wir einen Monat Elternzeit eingeplant, die wir eigentlich auf Hawaii verbringen wollten, haben aber hier verbracht, aber... Mhm. Also, dann müssen wir nicht mehr arbeiten und dann ging es schon viel besser. Dann haben wir unsere Zeit genossen, auch zu Hause. Mhm. Und bei Großeltern hat man auch gesehen, dass dann das überhaupt nicht gut getan hat, dass die nicht rausgegangen sind oder die Band nicht mehr gesehen haben, weil man hat schon gesehen, dass die irgendwie nie lebt, also irgendwie, der Leben ist aus Gesicht ein bisschen rausgegangen, ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Doch, es ist ja, wenn man beschreibt, das Leben geht aus jemandem ein bisschen raus, die Freude ist halt weg, ne? Der Lebenssinn vielleicht auch, das, was man gerne tut, das, was man immer getan hat. Das ist ja auch mit so kleinen Schnäupseln in der Familie, ist ja auch, da kommt das Leben auch wieder so voll rein. Und viele, die ja sowieso Rentner sind, brauchen ja auch so eine Aufgabe. Aber ich stelle dir vor, die sind jetzt immer nur in der Wohnung, immer nur im Ding. Also was ist denn das? Ja. Das ist ja, da bist du ja nur noch zurückgeworfen auf den Fernseher. Mhm. Und wenn du dann nicht mal einen Garten hast, ist das auch noch schwierig, aber das Zwischenmenschliche fehlt ja tatsächlich auch, ne? Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, die seht ihr jetzt auch regelmäßig wieder, gell? Heute ist ja der Lütter auch wieder da, ne? Ja, ja. Deswegen können wir ja das Interview machen. Das heißt, die Angst ist auch ein bisschen geschwunden mit der Sehnsucht nach dem Kind bei den Großeltern? Die Einstellung hat sich ein bisschen geändert? Das hat sich geändert. Aber zum Beispiel, sie wollen dieses Jahr nicht reisen, auch in Deutschland nicht, obwohl sie normalerweise ziemlich viel unterwegs waren. Okay. Und auch jedes Jahr nach Jena geflogen sind, um Verwandte zu besuchen. Und wie formt sich das jetzt, also wie hat sich das auf eure Beziehung, ist bei euch auch in der Beziehung irgendwas passiert? Ich meine, erstmal hört es sich ja an, als wenn ihr auch viel neue Spannung erlebt habt, also eine gute Spannung und so schöne Dinge entdeckt habt für euch. Ist mit eurer Beziehung da was Neues passiert auch? Oder hattet ihr auch mal richtig Stress und habt gedacht, boah, so? Also ist bei euch da was passiert? Ich glaube, am Anfang war das nicht so schön für die Beziehung. Ich glaube, weil wir auch versucht haben, nicht so viel rauszugehen und uns mit keinem anderen Menschen getroffen haben am Anfang, waren wir beide irritiert. Wir haben uns ständig irgendwie angefaucht oder mit hörenden Tonnen miteinander gesprochen. Und das hat eine Zeit lang so gegangen. Und dann die Nachbarin hat uns mal über den Zaun erzählt, dass jetzt die Scheidungsquoten steigen in Frankreich und dann haben wir das gemerkt, dass das eigentlich, dass wir mehr Sorgen übereinander machen müssen und uns mehr kümmern. Dass ihr euch mehr to care about the other one. Sich mehr um den anderen kümmern und um die Beziehung halt. Genau, dass das einfach nicht so weitergeht. In die Bewusstseinswerdung gehen, was ist jetzt notwendig, was ist jetzt wichtig, damit wir uns nicht aus den Augen und aus dem Herzen verlieren, gell? Ja, genau. Coole Nachbarin. Ja. Coole Nachbarin. Die Streits müssen lauter gewesen sein manchmal. Aber ich finde gut, wenn Menschen noch sich aufmerksam machen oder sagen, hey, guck mal hin oder so, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Das war auf jeden Fall gut, dass wir das gemerkt haben. Dass ihr es aufgenommen habt auch. Ja. Dann habt ihr euch zusammengesetzt und mal drüber gesprochen. Wir waren beide, ich glaube, für einen Zeitraum ein bisschen still und dann hat er zum Beispiel angefangen, mir Kaffee im Bett zu bringen. Oh, wie schön. Und ich habe versucht, mehr Sachen anzumerken, die er gut macht und wir haben gemerkt, dass wir uns wirklich auch die Blumen gießen müssen, lassen wir mit die Beziehung. Genau. Gießen auf jeden Fall, sonst geht das alles kaputt. Das ist schon, man kann das schon immer so vergleichen. Ja. Das sind gute Vergleiche aus der Natur, weil wir auch Natur sind. Auf jeden Fall. Ganz sinnliche Sache. Das heißt, das habt ihr jetzt super geschafft. Ihr arbeitet wieder ganz normal? Ist alles bei euch in die normalsten? Okay, du hast Kurzarbeit, aber ansonsten hat es für euch jetzt das Gefühl wieder, auch bei uns ist eh alles irgendwie normal wieder? Oder ist das Gefühl ein anderes? Es ist was anders geworden, es wird was anders, wo geht das hin? Oder wir wollen wieder in unsere Normalität zurück? Oder wie viele Leute ja auch sagen. Wie ist das für euch? Also wir sind immer noch im Homeoffice. Wir finden das beide gerade sehr schön. Wir haben uns jetzt zum Änderungen eingelärt und ziehen jetzt die schöne Sachen raus. Zum Beispiel letzte Woche die Reise, die wir nach Italien gemacht haben. Der hat Jörg Urlaub genommen, der hat mehrere Überstunden und ich habe gearbeitet. Und so könnten wir noch eine extra Reise machen, was wir sonst nicht machen könnten. Cool. Weil ich habe dafür keinen Urlaub genommen. Oder wir gehen mittags oftmals irgendwo zum See essen, was wir sonst nicht machen könnten. Oder wir verbringen Zeit mit unserer Kleinen, das ist auch ganz schön. Also ich glaube, jetzt haben wir... Alles gut, Milan? Also entsteht da auch die Idee davon, dass ihr sagt, wow, das ist jetzt tatsächlich... Ja, das ist ja dann auch ein neues Lebenskonzept. Es ist dann schon auch ein neues Lebenskonzept, oder? Ein neuer Lebensstil, der entsteht. Eine Lebensqualität. Okay, aber steht nicht dann auch irgendwie die Idee im Raum, dass man sagt, das wollen wir jetzt immer so haben? Und wie kommen wir da hin? Also habt ihr eine Idee, wie ihr da hinkommt, auch nach der Zeit? Ich meine, wenn es doch jetzt geht, kann man sich dann auch die Frage stellen, das kann danach ganz genauso gehen und das kriegen wir irgendwie hin? Also von mir aus würde ich schon sagen, dass ich das gerne... Also wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt zurück zur Arbeit und jeden Tag im Büro fahren, dann denke ich, oh, jetzt ist jetzt viel schoner eigentlich. Also da habe ich schon ein bisschen Herzschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich weiß nicht, ob ich Einfluss drauf habe, weil der Arbeitgeber sagt, okay, jetzt ist es vorbei mit dem Homeoffice, was kann man da machen? Ihn fragen, keine Ahnung. Fragen einfach, hey, es ging noch die ganze Zeit ganz gut. War mein Job gut so? Können wir es nicht weiter so machen? Irgendwie einfach fragen. Ich denke, weil wenn ja dein Job gut ist und du ja deinen Job machst, dann ist es doch eine Frage wert. Weil der Arbeitgeber hat ja dann in dem Moment auch gemerkt, dass da wohl was geht. Weil sonst müsste er jetzt sagen, das geht so nicht. Und also von daher ist es bestimmt immer eine Frage wert, denke ich mir mal. Das tun jetzt echt viele Leute. Das tun jetzt auch viele Leute, die ihre Kinder zu Hause hatten, bekomme ich mit, ob Kindergarten oder Schule. Die überlegen jetzt wirklich, wie sie die Dinge anders tun und leben können. Das geht sogar bis in die Vermeidung der Schulpflicht hinein oder Kindergarten-Geschichten. Also dass ich mitkriege, viele Eltern überlegen wirklich, das war jetzt so eine coole Zeit. Wir haben jetzt mal wirklich ein anderes Leben gekostet und es ist mal ein Leben. Und es fühlt sich selbstbestimmter und schöner an. Wir wollen das öfter, wir wollen das jetzt immer oder so. Das ist natürlich cool. Also auch selbst bei uns, obwohl wir schon vieles anders gelebt haben. Erstens mal durch die Trennung hat sich viel anders, komplett anders gestaltet, so wie wir das eigentlich schon lange auch wollten, spannenderweise. Wir sind klar noch auf dem Weg auch und so. Aber es ist auch so, dass sogar wir sagen, nee, da kann noch mehr. Also wir wollen noch eine ganz andere Freiheit und wir nehmen uns die jetzt einfach. Egal, was jemand sagt da draußen. Also das ist jetzt das, was mir sonst, selbst mir, die ich schon relativ frei bin oder freigeistig, sag ich mal, ja, hat das trotzdem noch irgendwo immer was ausgemacht, wenn wir gewisse Diskussionen mit Leuten hatten. Das ist mir jetzt zum Beispiel egal. Das ist spannend, ne? Ich hatte so ein dickes Fell nie und auch nicht diesen Schutzmechanismus. Und jetzt ist es so, dass ich sage, alles, was uns gut tut, hat recht. Und zwar komplett. Egal, was das für eine Konsequenz hat. Ne? Also, und das zählt eigentlich nur noch. Das ist schon. Also, ich versuche das wirklich in die Bereiche auch zu bringen. Klar, alleine so als Mama, alleinerziehende Mama, ohne Hilfe, ohne Unterstützung, schwer. Sehr, sehr schwer. Aber will ich nicht jammern. Aber da muss man auch mal drüber reden, wie schwer das tatsächlich ist. Weil ja viele Leute auch sagen, ey, nicht jammern oder nicht sich in die Opferrolle rein. Na, das gibt schon in dieser Gesellschaft so ein paar Sachen, wenn du alleine bist und die stemmen musst und nicht unterstützt und die nicht gestützt werden, keine Plattformen haben, dann ist es schwer, ohne Frage. Aber ich versuche natürlich, Wege zu finden, wie es nicht so schwer bleibt. Oder wie es was anderes werden kann. Oder wie die Leute, mit denen ich bin, besser mitarbeiten. Oder die Kinder besser mitmachen. Dass ich ein Bewusstsein dafür in den Raum bringe, Schärfe zu sagen, wenn ihr davon profitiert, dass wir eine andere Lebensqualität haben, bedeutet das aber auch, dass ihr gewisse Sachen anders mitmachen müsst. Um mich auch zu unterstützen. Also das heißt, wir werden wieder gegenseitig ein System, das sich gegenseitig stützt, wo früher ein ganzes Dorf dafür da war oder eine ganze Familie, Oma, Opa, Tante, Onkel. Davon reden wir ja schon lange nicht mehr in der Regel. Sondern alleine, alleine, alleine und hinkriegen. Und das ist jetzt schon auch das Spannende an der Zeit. Das bekomme ich jetzt auch von ganz vielen Menschen mit. Also das heißt, bei euch sind auch echt schöne Prozesse passiert. Und ihr wisst, die Großeltern anders zu schätzen. Das stimmt. Das ist doch cool. Habt ihr denen das auch mal gesagt? Ja. Und gezeigt? Also wir haben nach dem Ende von Lockdown gemeinsam ein Mittagessen gemacht und haben sich gedankt. Ach, wie schön. Ja. Voll schön. Gleich die Gänsehaut. Das ist romantisch. Das ist schön. Ja, aber dann rücken die Menschen auch wieder näher zusammen, oder? Ja, das stimmt. Das hat, wenn die Menschen sich wieder mehr zuhören, mehr zu schätzen wissen, fänden ja wieder so schöne Prozesse statt, die man vorher gar nicht mehr... Also selbst ich halte mich schon für einen relativ bewussten Menschen. Aber selbst ich war schon so im Stress und in der Überforderung und in zu vielen Aufgaben und Prozessen drin, dass ich gar nicht mehr ich selber nicht mehr immer war. Und schon gar nicht in meiner Mitte, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich bin eigentlich ein sehr mittiger Mensch immer gewesen, aber dieses zu viele und das Multitasking hat mich ja echt fertig gemacht. Das heißt, dann bist du nicht mehr so selber, dann kannst du auch bestimmte Dinge nicht mehr sehen, es sei denn, niemand nimmt dich an die Hand, wie so ein Prozess zum Beispiel. Oder ein Mensch, der sagt, komm hopp, lass mal hinsetzen, lass mal drüber reden oder mal Herz ausschütten oder mal heulen oder wie kann es besser gehen, eine Lösung suchen. Natürlich ist jetzt Corona dann in gewisser Weise macht erst mal Angst und kann auch Panik machen, muss man sich aber genau angucken, wieso eigentlich. Aber bietet definitiv auch Chancen, zu sagen, ich überlege jetzt mal wirklich, wie ich das will und was ich will, egal was die anderen alle meinen, was ich machen muss. Meine Kinder meinen ja auch, was ich alles machen muss, weil die das so gewohnt sind. Und ich erfülle das ja auch schon seit vielen Jahren. Mein Mann war das auch gewohnt und ist das auch immer noch gewohnt, dass ich ihm den Rücken decke und er machen kann, was er will. Und wo ich dann denke, ich hätte schon viel früher sagen müssen, ist nicht. Also kann nicht sein, dass nur einer machen kann, was er will und sagt, aber meine Aufgabe ist ja die und die und deswegen muss das so sein. Wo ich denke, Moment mal, ich decke gefühlt 20 Berufe ab, da ist irgendwas nicht okay im System. Und dass ich dann irgendwann zickig oder doof bin oder nicht mehr in meiner Mitte bin, ist vorprogrammiert. Es ist total vorprogrammiert. Und da wieder rauszugehen, ein Stück weit, ich meine, ich bin noch nicht da, wo ich wirklich hin will. Aber dass wir da alle wieder so ein bisschen uns besser angucken, so wie du jetzt mit deinem Mann, dass eine tolle Nachbarin sagt, hey, hallo, die Scheidungsraten, das ist cool. Und ihr wirklich auch wieder euch neu entdeckt. Ich meine, der Mann dir mal was ans Bett bringt und so. Ja, Wahnsinn. In einem normalen Alltag findet sowas in der Regel nicht mehr statt, weil du funktionierst. Hey, du machst das, du machst das, du machst das. Und es wird unsensibel auch ein Stück weit. Und der Ton wird rauer. Ja. Und das ist toll. Und wir, also ich bin mit Freunden gerade dabei, haben das auch uns so angeguckt. Ich habe auch Freunde, die ihre Jobs übrigens mitten in Corona gekündigt haben. Oh. Ihr sicheres Leben. Eigentlich, weil sie gesagt haben, das kann es nicht mehr sein, ich will was ganz anderes. Ich wollte schon lange. Mhm. Und ich gucke jetzt, was kommt. Mhm. Und wir haben uns an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, hm, uns fehlt das und das und das und wir wollen das und das. Wieso kreieren und gestalten wir die Welt nicht wirklich, wie wir wollen? Mhm. Dafür nämlich, äh, wollen wir wieder mehr Sensibilität, aber auch Plattformen schaffen. Das heißt, wir suchen jetzt Grundstücke, wir suchen jetzt Häuser für tolle Ideen und wir suchen Geld. Mhm. Geldgeber. Wo wir sagen, wir haben coole Leute, wir haben richtig coole Ideen, die kreativ sind, die, die, ähm, die das auch fühlen, so wie du und ich, was wichtig ist. Und die haben halt eine coole Idee, aber oft vielleicht das Geld nicht oder das Grundstück oder das Haus, um andere Menschen einzuladen oder anderen Menschen die Hand zu geben für die Potenzialentfaltung. Mhm. So wie dich ja auch eine Freundin an die Hand genommen hat, im Grunde auf eine gewisse Art und gesagt hat, guck mal da drauf, auf die Seite oder so. Mhm. Und das ist ja auch so eine Form von, an die Hand nehmen und sagen, schau mal, so, ne? Mhm. Und das ist was Schönes. Da hast du was Tolles hier erlebt. Noch irgendwas, was du mir erzählen magst, was dir am Herzen liegt? Hm, ich glaube nicht mehr. Ich kann nur generell sagen, dass ich glaube, ich bin froh, dass das so passiert ist und dass… Nee, stopp! Wir haben eins vergessen. Mhm. Als die Maskenpflicht kam. Aha. So, und die ist ja auch noch. Du bist in Bayern. Nee, München. Okay. Was war dann? Wie ist das für dich gefühlt? Oh, also, ich, ehrlich zu sagen, ich glaube nicht so wirklich, dass das was bringt. Aber ich trage sie trotzdem, wenn das getragen werden muss. Es ist nicht so ungenehm. Ich habe jetzt eine gefunden, wo man mehr oder weniger atmen kann. Wenn, ich weiß nicht. Also, zum Beispiel, wir waren, ich würde sagen nicht wo genau, aber wir waren an einem Ort mit Ben, wo eigentlich Maskenpflicht war. Aber ich habe gesehen, dass er keine Maske getragen hat, habe ich auch keine getragen. Also, wenn es die Möglichkeit gibt, nicht zu tragen oder wo die meisten Menschen nicht tragen, dann mache ich auch nicht. Mhm. Mhm. Okay. Wie ist das in deinem Freundeskreis? Gibt es da unterschiedliche Meinungen? Gibt es da unterschiedliche Einstellungen zu dem Thema? Ja. Hat es Freundschaften verändert? Oh, nein. Es hat die Freundschaften nicht beendet, aber wir diskutieren auch nicht darüber. Also, wir steigen nicht in die Diskussion ein. Ich glaube, dass auch so die Leute, die mehr auf Sicherheit stehen, die wollen das unbedingt haben, machen das auch sehr strikt. Mhm. Aber ich glaube, jeder soll so machen, wie er sich wohlfühlt. Mhm. Jeder soll so machen, wie er sich wohlfühlt, genau. Aber was hältst du denn jetzt von Leuten, die dann zum Beispiel ohne Maske irgendwo sitzen und andere Menschen greifen die dann an? Weil es ist ja gerade vorgeschrieben. Was ist das? Was gerade auch passiert, ne? Ja. Wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten. Genau. Was ist da? Also, ich zum Beispiel mache mir dann Sorgen um meine Welt und um meine Kinder, wenn die Menschen anfangen, sich böse anzugehen. Du sagst, du sagst, jeder soll machen, wie er meint. Aber mit einer Pflicht für irgendwas und einem Zwang kann das eigentlich nicht sein. Kann gar nicht. Weil das genau vorschreibt, was zu tun ist. Das ist nicht die Freiheit zu sagen, ich kann machen so und du machst so. Also, selbst wenn ich den Mindestabstand von zwei Meter einhalte, ist doch ein Mensch, der trotzdem keine Maske da trägt, asozial gerade. Zum Beispiel. Oder ein Aluhut oder ein so und so oder ein Rechter oder ein hm. Also, es gibt ja gerade auch diese ganzen Begrifflichkeiten, die mich immer sehr verwirren. Weil woher kommen die? Ich kenne die nicht und ich möchte die auch nicht nutzen. Ja. So vom Ding her. Wie siehst du da die Problematik, wie sich das gerade in der Welt auch so entwickelt? Ich habe die Leute ein paar Mal gesehen, die ohne Masken im Essen waren. Das waren oftmals Freigeister und Künstler. Man sieht sie sofort. Die haben einen besonderen Klamottenstyle, der vielleicht ein bisschen auffällig ist. Oder ich glaube auch so reisende Weltbummler, die sind sympathisch. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass die Probleme kriegen können mit anderen Menschen. Ich bin selig an der Seite von Leuten, die sich dafür entscheiden, die Maske nicht zu tragen. Aber ich wäre nicht mutig genug, zum Beispiel in die Diskussion reinzusteigen und die zu verteidigen. Okay. Ja, ja. Aber jetzt stell dir doch die Welt vor. Also wenn du dir jetzt die Welt vorstellst, dass du deinem Kind jetzt beibringen musst, die Maske immer zu tragen, wenn die rausgeht. Oder wir haben vorhin darüber gesprochen, über ein Erlebnis. Erzähl mal das mit dem Spielplatz. Ah ja. Ich war heute mit meinem Sohn, der ist gerade ein Jahr alt auf dem Spielplatz. Und der spielte richtig gerne mit anderen Kindern. Der läuft zu denen sofort los und will, dass der Spiel aufgenommen wird. Und dann gab es da ein Kind, auch ungefähr in seinem Alter und der ist zu dem gerannt. Aber seine Mama hat gesagt, nee, wir müssen die Mindestabstand halten. Und zum anderen Kindern, die auf dem Spielplatz waren, hat sie auch gesagt, nee, geh mal weg. Das ist hier der Mindestabstand. Da habe ich auch gedacht, dass irgendwie mit Kindern... Der Kind hat mir leid getan, weil der hat auch bestimmt Lust, mit anderen zu spielen. Aber wie kann der das machen mit Mindestabstand? Und ja, ich habe dann, wenn auch, einfach nach Hause genommen, weil ich kann dem Unmöglichen klären, der ist ein Jahr alt, der wird das nicht vertreten. Dass es einen Mindestabstand gibt, stelle ich mir auch wirklich problematisch für die Schulen und für die Kinder an sich. Allgemein, da haben wir ja vorhin gleich drüber diskutiert. Wie willst du denn, wenn du im Eifer des Gefechts miteinander Fange spielst oder so, darauf achten, jetzt ist hier der anderthalb... Also erstmal ein Gefühl für anderthalb Meter zu bekommen, ist glaube ich schon sehr schwer. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich so an mich als Kind zurückdenke, wenn Jana begeistert war, heute ja auch noch, wenn sie begeistert ist, dann denkt sie doch nicht an einen Mindestabstand. Ich gebe zu, ich bin auch mal in den Laden reingerannt, weil ich wollte nur einen Tomatenmark holen. Ich habe keinen Wagen genommen, ich bin losgerannt, weil ich nur dieses... Ich brauche ja nur das eine Tomatenmark. Und ich bin wirklich losgerannt in diesem kindlichen Konzept auch und habe natürlich volle Breitseite gekriegt. Also gleich von mehreren Leuten auch. Wo ich dann auch gesagt habe, Leute, einen Tomatenmark, ich wollte jetzt nur... Klar, da fängt aber die Diskussion schon an. Ja, jetzt wird es gefährlich. Ist es so, ne? Also da würde jetzt die Diskussion schon anfangen. Ja, hey, hallo, wie und was? Ja, das ist eine schwierige Thematik, die ja dich so schnell nicht verlassen wird, weil du einfach ein Kind hast. Das stimmt. Weil das kommt mit dem Kindergarten, mit der Schule und so weiter. Wirst du, wenn wir diese Welt, wenn die sich weiter so gestaltet, würde das ja weiter auf dich zukommen. Also wir haben jetzt zwei kleine Kinder noch zu Hause auch und der eine wird jetzt gerade drei und der hat ein Riesenproblem mit den Masken. Und auch wenn die Masken wieder abgehen. Also der weiß, man merkt wirklich förmlich, wie der total verunsichert ist. Wo der in diese Bewusstseinsphase gerade von zwei auf drei ging, hast du richtig gemerkt, da war die Maskenpflicht und bei uns waren ja auch Leute zu Besuch und so. Und da war das schon ein Problem für ihn. Auf einmal Leute ohne Maske zu sehen, aber es war auch ein Problem, die Leute mit Maske zu sehen, weil du siehst einfach den Mund nicht mehr. Das hatten wir jetzt im Interview mit Milan ja auch. So dieses, du kannst die Leute nicht mehr einschätzen. Und nicht jeder hat lächelnde Augen. Definitiv nicht. Also das sind schon so Sachen, ich gucke jetzt auch die Leute ganz anders an. Wer ist das da hinter der Maske und so? Und manche haben ja auch so große Dinger. Also die sind dann auch noch größer. Also ich glaube, dass es viele Aspekte mit sich bringen wird. Auch psychologischer Natur. Dass wir später ganz schön viele Kinder therapeutisch betreuen können. Also auch über diese Zeit. Und den Rest muss man wohl abwarten, ob eine Impfpflicht kommt oder nicht. Eine Maskenpflicht gibt es schon. Impfpflicht. Was tun wir dann als Eltern? Mal schauen. Also da wird es höchstwahrscheinlich, also ich erlebe jetzt auch, dass viele Eltern, die sonst auch ganz gerne nichts gesagt haben. Auch aus Angst vor Repressalien oder wie auch immer. Das höre ich jetzt eh in Interviews oder Hinterkameras sehr viel. Diese Angst vor Repressalien. Angst ist schon ein Thema. Angst vor Meinungsäußern und so weiter. Ja, also können wir stehen lassen eigentlich so. Also genau, viele Eltern stehen jetzt trotzdem auf. Also auch Eltern, die sich das vorher nie gedacht haben, weil sie gesagt haben, boah, das fühlt sich so schlecht an für uns oder das können wir gar nicht mehr vertreten als Eltern in den Schulen oder in den Kindergärten. Kindergärten, da können wir nicht mehr mit ziehen. Also die gibt es natürlich auch. Und andere sagen, es ist okay. Aber da gilt es auch wieder. Es ist individuell. Es ist total individuell. Und gibt es eine Pflicht für irgendwas und einen Zwang, dann wird es schwer mit den Individualisten. Das ist eben das, was ich dazu immer nur anmerken kann. Individualismus ist was Schönes. Und das hat auch was mit Entwicklung zu tun und mit Kreativität und mit einer Vielfältigkeit, die sehr, sehr wichtig ist. Wenn uns die genommen wird durch Zwänge, dann wird es bedenklich, was das für eine Welt ist. Das denke lediglich ich. Also deswegen würde ich euch ganz gerne ermuntern, wieder besser mit euch umzugehen, andere nicht zu verurteilen. Vielleicht wirklich mal trotzdem öfter wieder in das Gefühl gehen, in die sogenannte Intuition. Was möchte ich? Was fühlt sich für mich gut, richtig oder nicht gut an? Also ich glaube, das ist schon auch ein guter Ansatz. Und wirklich auch zu gucken, wer in eurer Umgebung dafür offen ist. Das mit euch mal anzugucken oder zu besprechen oder, keine Ahnung, euch Tipps zu geben. So kann man sich ja auch weiterentwickeln. Und wenn man das möchte, dann gibt es auf jeden Fall jede Menge Wege und jede Menge Menschen, oder Tatjana? Ja. Wir haben uns ja hier auch getroffen. Wir sind auch ganz unterschiedliche Typen. Und trotzdem können wir uns einfach begegnen auf der Ebene und miteinander sprechen. Und das finde ich schön. Und dann komme ich bestimmt irgendwann nochmal wieder und frage, wie ist es denn jetzt, ein Jahr später oder zwei Jahre später? Wie sieht das bei euch aus genau? Wie hat sich die Welt entwickelt bis dahin? Oder Bayern. Bayern hat einfach nochmal auch ganz andere Gesetze. Einen ganz anderen. Ich merke das hier schon. Also hier ist schon eine andere Stimmung nochmal als in Thüringen. Da, wo ich wohne jetzt, ja. Und Berlin ist auch nochmal anders. Also Leute, Plattformen wären super. Miteinander sprechen. Wirklich auch den anderen auch lassen. Lassen. Sein lassen. Und wieder in euch reinhorchen. Wenn jemand Häuser hat, Grundstücke, die er gerne für tolle Projekte hergeben mag. Keine Ahnung. Es gibt immer Möglichkeiten der Verhandlungen. Wenn jemand Geld hat, das er uns spenden kann für super Ideen. Wir haben wirklich schon tolle Projekte. Die warten jetzt eigentlich nur noch darauf, nach außen zu gehen. Aber ich, ich jetzt selber Künstlerin selbst betroffen. Also ich verdiene gerade selber auch gar kein Geld zum Beispiel. Habe jetzt nicht das Geld. Aber ich habe, wir haben die Ideen und wir haben die Leute. Und das würde schon auch nochmal viele sehr spannende Aspekte in die Zeit, die jetzt auch kommt oder die jetzt auch ist, auf jeden Fall reinbringen. Also das sollen Projekte werden für alleinerziehende Mütter, Projekte für Menschen, die gerne so und so und so leben wollen. Oder anderen Menschen was vermitteln wollen. Die brauchen Platz. Die brauchen Raum dafür. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch meldet. Schaut mal unter den Videos. Gibt es Links. Jede Menge Kontakten kann man mich ganz leicht. Wenn ihr das per Web macht, also janaandre.web.de, dann schreibt bitte oben im Betreff, weil ja vieles auch in Spam geht, rein Interviews, wenn ihr ein Interview mit mir machen wollt. Übrigens nicht nur zu dem Thema. Es gibt so viele Themen, über die nicht gesprochen wird oder in der Berichterstattung außen oft anders stattfindet. Ich würde gerne auf diesem Kanal weiter dafür sorgen, dass man wirklich über Themen sprechen kann, die vielleicht sehr einseitig berichtet werden oder gar nicht. Es gibt auch so viele Tabuthemen, die keine sein müssen, finde ich. Ob das Fehlgeburten bei Frauen sind, ob das, ich weiß es nicht, ob das Diskriminierung, Mobbing, will ich jetzt demnächst bitte schön auch ausrufen. Meine Kinder erleben Mobbing. Aktives Mobbing ist krass, ist schlimm. Und ich bin schon eine sehr energische, sehr klare Mutter, die auch einen gewissen Umgang damit hat. Und trotzdem erleben wir das, weil wir auch vieles anders leben und so weiter, weil wir neu sind da, wo wir sind und so weiter. Also Leute, sprecht darüber. Sprecht die Leute an, mit denen euch das passiert. Tut was. Ich würde mich darüber freuen und ich bin auch gerne Ansprechpartner dafür und gebe auch gerne Hilfestellung, wenn ich das kann. Also Tatjana, vielen, vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Nachtjana, alles G streets. ….